Die Magdeburger Monatsmeinung mit dem Magdeburger. Ja, hallo erstmal. Ich weiß ja gar nicht, ob Sie es überhaupt interessiert. Ich erzähle es Ihnen trotzdem. Die Otto-Kampagne greift endlich. Mensch, habe ich mich gefreut. Gut, die hat jetzt 100.000 Euro mehr gekostet als erwartet. Aber nur jetzt vorne raus. Dafür wird es hintenrum dann wieder billiger. Also das bedeutet quasi, was wir jetzt mehr bezahlen, bezahlen wir später gar nicht mehr. Es wird also umsonst. Leider ist umsonst vergeblich. Also können wir nur hoffen, dass wir hinterher auch mehr bezahlen müssen, damit es was nutzt. Schließlich haben wir extra eine renommierte Agentur aus Hamburg beauftragt. Und keine von hier, denn die hier sind ja nur Otto. Wenn die aber uns zum Otto machen, dann sind wir gerne mit dabei. Und es nützt. Haben Sie die Polizisten da, die Schwerbewaffneten am Bahnhof gesehen? Ja, die warten da auf die Taliban. Nicht auf die Eisenbahn, auf die Taliban. Ja, weil ich weiß auch nicht, wie die jetzt direkt von uns gehört haben. Doch der Osama Bin Laden hat irgendwie im Internet gesurft, ist auf die Ottostadt.de-Seite gestoßen, hat sich gesagt. Mensch, was für eine blödsinnige Kampagne. Da lachen ja die Propheten. Den Ungläubigen muss geholfen werden. Und darum kommen jetzt ab dem 12. Dezember, dem Fahrplanwechsel, die Selbstmordattentäter mit dem neuen Regionalexpress direkt aus Berlin hierher, wenn der pünktlich ist. Sonst ist das ganz blöd gelaufen für Brandenburg oder für Burg und wir haben ja auch nichts davon, wann ich in die Schlagzeilen reinkomme. Naja, mit dem Auto kommen die Taliban nicht. Auf dem Ring wird doch wieder gebaut. Die ganzen Umleitungen, Schwupplandin, Schönebeck und wieder nichts für uns. Oder die kommen demnächst auf dem neuen Flughafen Berlin-Magdeburg an. Und wenn die dann ganz frustriert von Kochstedt nach Berlin kommen wollen, dann bleiben sie hier hängen und schon, in diesem Sinne, Otto macht Bumm.